recht herzlich willkommen zur 24 hundert 24 folge von city skylines ja wir sind ein paar buslinien noch mal haben wir das mal gesagt haben wir mal reinschauen was wir die da hinkriegen um jetzt irgendwie ich muss ihn ausgewählt ja sind wir denn jetzt hier hier ist die agrar ecke genau da sind wir okay dann machen wir da eine buslinien die hier zu mit dem bahnhof verbunden ist auch der zünder anzuhalten hier lang fahren dann das ist eine sackkasse das ist eine sackkassen ok wenn man ein bisschen höher dass ich mir von oben habe so die bis heute stelle ist da dann müssen wir da eine machen dort und die da wieder verbinden wir auch plötzlich warte mal das können wir aber hier nochmal ändern also die haben wir noch nicht gesetzt das ist ja prima dann setzen wir da noch eine hin hier geht's durch setzen wir die da hin da geht's auch durch da kommen wir auf dem rückweg lang denke ich mal dann ist hier unten noch eine verbindung ja dann machen wir das hier noch so da ist eine straße durch dann geht das einmal das ist auch eine sackkasse sehe ich gerade könnte man da allerdings durchbauen dann machen wir das auch gerade ne geht ja nicht weil doch geht da lang oh das war ja doof gelaufen ne das ist halt so äh ne jetzt keine straßen mehr da bauen so hat er das jetzt gemacht gut gucken Häuser Bühne ach die können wir auch blau machen gut die machen wir auch noch blau weiß nicht was das für eine farbe ist aber egal gut die machen wir auch noch blau äh Buslinie wieder jetzt ist die wahrscheinlich aber weg ne ne die geht hier noch weiter wunderbar äh da vorne vor einer dann bauen die nimmt da jetzt aber nicht wieder auf ähm die muss da erst? nein gut die nimmt da jetzt wieder auf gut die nimmt da jetzt wieder auf so da sieht das auf dieser Seite aus alles sackkassen ja ne da oben gehts lang dann da lang da lang da lang da lang ne ne da oben gehts lang da lang da lang da eigentlich eine Rolle machen die auf der Seite da lang da 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 hier hier dort 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 da und schließen haben wir sie haben wir sie so die fahren da alle zum links zur U-Bahn-Station und da ist es gut 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 hier ist auch eine U-Bahn-Station aber da ist kein Umsteiger da wo wäre denn hier unten? da unten da unten da ist eine Straße noch ja so dann da lang dort lang da da die Straße ist schlecht da ist auch schlecht da ist auch schlecht da da ist auch schlecht da ist auch schlecht zum drehen ist es auch nicht geeignet hier dann doch machen wir mal da sind wir schon dann noch hier einen hin dann da zum wechseln fahren wir hier noch mit hin dann da 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 dort und da dort da dort da da und da wieder rein da lang dort lang da lang ne ich sehe grad die machen wir weg dann dann holen wir noch hier eine hin da eine hin und schließen die Linie passt die fahren da lang hatten wir gesagt die fahren da lang was ist mit denen hier okay die haben da was aber kommen da nicht weg ne das würde bedeuten ich würde sagen hier eine nach da nach da nach da 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 lang dort können sie aufsteigen achso und da ist zu hm eine Sackgasse ja dann halt wieder zurück dorthin da hin nehmen wir die mit ist da noch irgendwo eine da nehmen wir die mit da da boah dann fährt die ja ganz hinten lang ne ne das gefällt mir nicht warte mal da ist ja da ist er noch dann da hm ja dann müssen wir hier lang ne dort lang dort lang die mitgenommen und schließen gut dann haben wir was verbunden ok hier hinten haben wir da kamen wir weg genau dann noch da hier ja wäre jetzt möglich von hier eine zu ziehen genau fahren wir da lang hm machen wir da einer hin da lang da lang ist da oben auch noch was ne dann da dann hier da lang dort wo ist die letzte da das geht da ist eine da ist eine eingeplant nur da da ist ja für beide eine ok dann lassen wir das so hier nochmal auch gegenüber der da und schließen fertig hier ist alles top hier brauchen wir glaube ich gar nicht hier müssten wir noch eine untereinander machen ne und hier oben muss auch noch was dann würde ich sagen fangen wir mal hier an da kommt man denn da rüber ach da geht auch noch was rüber gut dann aber dieses ende ist ja auch unwahrscheinlich lang auch ne hm aber dann lass uns mal hier anfangen fahren fahren da lang schön wäre es wenn wir jetzt hier noch eine hätten die der Seite ist ist aber nicht da kommen da rüber halten da an fahren hier lang da lang da lang dort dort da kriegen wir die jetzt da unten müssen wir hin dann sind wir ja hier auf dieser Straße ja falsch ne da dann machen wir alles weg wie kommen wir denn da rüber gar nicht da lang Da kommen wir gar nicht rüber, oder? Oder doch diesen Weg, den wir gerade hatten. Ja. Und wo geht das jetzt lang? Da. Setzen wir da noch einmal hin. Äh, ne, die letzte müssen wir, glaube ich, wegmachen. Da ist einer. Und da ist einer. Und schließen. Gut. Angeboten. Die können da hinlaufen. Passt. Hier ist ein Wechsel drin. Passt. So, jetzt müsste man nur gucken. Die sind nicht verbunden, ne? Tja. Würde vielleicht nur Sinn machen. Und zwar von hier starten wir. Fahren hier lang. Am Fußballstadion machen wir mal eine Haltestelle hin. Da ist keiner hin. Da ist keiner. Da einer hin. Da gibt's eine. Dann nehmen wir die mit. Fahren da lang. Nehmen die mit. Die mit. Da lang. Geht's nicht. Da. Dort. Und hier gibt's keinen Ausgang, sehe ich gerade. Das heißt. Da fahren wir doch nicht lang. Da geht's nirgendsworaus. Dann. Hier lang. Äh. Funktioniert ganz schlecht. Ja. Dann kannst du mal hier drehen, ne? Oder doch da oben lang. Ne. Dann lass uns diesen Weg nehmen. Da lang. Den mitnehmen. Den mitnehmen. Den mitnehmen. Da was. Dort. Lass mal gerade überlegen. Machen wir die wieder weg. Wir fahren hier noch hin. Machen wir hier. Wir können hier rein fahren. Ja. Machen wir so. Und schließen. Best. funktioniert würde ich sagen hier ist überall was ja schaut es hier aus da ist eine Bushaltestelle die halten da an da ist eine Bushaltestelle die halten auch da an und da gibt es auch eine Verwendung alles gut sozusagen ja kommen mir vor als ob wir schon relativ gut durch sind dann da fährt was da fährt was überall fährt was ich glaube das lassen wir so das ist alles gut dann würde ich auch sagen soll es für die Folge auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss